Ich bin nachdenklich und ich bin manchmal melancholisch. Ich bin aber auch sehr fröhlich, also ich lache wahnsinnig gerne. Manche lache ich zu laut, aber ich lache wahnsinnig gerne. Ich bin sehr neugierig und ich bin abenteuerlustig. Ich kann aber auch sehr zickig sein. Oh Gott, das ist nicht feierlich, wenn ich zur Zicke mutiere. Das ist nicht schön, aber ja, das bin ich auch. Warum erzähle ich jetzt das hier alles? Ich finde es wichtig, zu wissen, wer ich bin. Und ich finde es wichtig, dass Sie wissen, wer Sie sind, also wie Sie sind. Und ich denke immer wieder darüber nach, denn das ändert sich ja ständig. Also ich ändere mich, ich verändere mich im Laufe meines Lebens, im Laufe des Jahres, im Laufe des Monats, im Laufe der Woche, des Tages. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber natürlich verändern wir uns ständig. Und wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind, wie wollen Sie sich Sicherheit geben in einem schwierigen Gespräch? Also mir gibt es wahnsinnig viel Sicherheit, wenn ich weiß, wer ich bin und wie ich bin. Und darum geht es jetzt hier in der sechsten Folge vom Podcast. Gut reden kann jeder. Der Titel ist Die sichere Bank für jedes Gespräch. Und mein Name ist Isabel Garcia. Es ist schön, dass Sie da mit dabei sind. Was meine ich jetzt damit? Natürlich finde ich es schlau, sich weiterzuentwickeln. Also ich will damit nicht sagen, bleiben Sie einfach, wie Sie sind. Hauen Sie jedem einfach Ihre Wahrheit um die Ohren. Also so geht es nicht und darum geht es auch gar nicht. Aber es geht eben einfach darum, zumindest schon mal von der Basis her zu wissen, wer ich denn bin, was für Stärken ich habe. Und häufig sehen wir die Stärken nicht. Also ich kenne es von mir, wenn ich irgendwas mache und es mir leicht fällt, dann denke ich so, naja, das fällt mir ja leicht, das ist ja selbstverständlich. Nee, für andere nicht. Andere können das eben nicht, aber ich kann es eben. Also ist es eine Stärke von mir und das darf ich ruhig bewusst wahrnehmen. Und nicht immer nur die Dinge sehen, die ich eben noch nicht kann. Sondern die Stärken, natürlich auch die Schwächen, aber auch die Stärken bewusst wahrnehmen, die schon da sind. Und klar, natürlich dann weiterentwickeln, ja, logisch. Aber eben nicht auf Krampf und eben nicht mich selbst komplett neu erfinden. Denn wie will ich mir Sicherheit geben in einem Gespräch, wenn ich so überhaupt nicht weiß, wer ich bin? Wie will ich da überzeugend auftreten? Wie will ich da mit Selbstvertrauen reingehen, wenn ich nicht selbstbewusst reingehe? Und selbstbewusst bedeutet eben, sich selbstbewusst wahrnehmen, dass ich weiß, wer ich bin. Dazu noch ein kleines Beispiel. In einer Webinarkonferenz vor ein paar Wochen, da war eine junge Frau, es war von der Ich-Rede-Akademie, die hatte die monatliche Webinarkonferenz gebucht und hat daran teilgenommen. Und sie meinte, sie hätte gern einen Tipp, wie sie etwas lauter auftreten könnte. Sie ist eben introvertiert und wollte eine kräftigere, voluminösere Stimme, wollte einfach mehr wahrgenommen werden in Konferenzen. Alles gut und schön. Und ich habe ihr dann auch hier und da so ein paar Tipps gegeben. Ich habe also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Tipps, aber auf alle Fälle Tipps, wie sie lauter und voluminöser sprechen kann. Und dann kam mir aber noch ein Gedanke. Und zwar von Laura Marlina Seiler. Ich hatte mich gerade eine Podcast-Folge von ihr gehört. Die hat einen großartigen Podcast und ein tolles Buch geschrieben. Das ist eine junge Frau, die schreibt und spricht über alles Mögliche, wie es einem besser gehen kann. Sie ist gläubig, es ist teilweise sehr spirituell und so weiter. In die Richtung muss man nicht gehen, aber es sind sehr, sehr gute Gedanken da drin. Und ich höre einfach ihre Podcast-Folgen sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ganz sympathische junge Frau. So, jetzt habe ich aber genug Werbung für Sie gemacht. Ich verlinke Sie einfach in den Shownotes und dann können Sie einfach selber reinhören. So. Und ein Gedanke, den hatte ich in dieser einen Folge dann gehört. Da ging es darum, dass es doch schön ist, anders zu sein. Dass es schön ist, ja, wenn zum Beispiel eben nicht alle schlank sind, sondern einer ist eben dann dicker oder mehrere. Es ist doch toll, wenn wir anders sind, andere Ideen haben, dass wir uns darüber freuen sollten, anders zu sein. Denn wenn wir anders sind, sind wir auch was Besonderes. Und nicht, ja, wie jeder andere auch. Und also ich gebe es jetzt nicht ganz genau wieder, denn es ist auch schon eine Weile her, dass ich das gehört hatte. Aber es ging eben darum, auch das zu genießen und bewusst wahrzunehmen, toll, ich bin anders. Und das ist gut so. Ich darf anders sein. Es ist toll und spannend und es macht das Leben ereignisreich, wenn ich anders bin und wenn alle anderen auch anders sind. Und diesen Gedanken habe ich eben der jungen Frau auch mit auf den Weg gegeben und habe so gesagt, ja, so nicht. Wie wäre es, wenn Sie einfach dazu stehen, dass Sie eben introvertiert sind und dadurch eine leisere Stimme haben? Und ich fand das ganz spannend, dass Sie dann, nachdem ich so fertig war mit meinem, in Anführungsstrichen, Vortrag, Sie dann sagte, okay, die Stimmtipps, die nehme ich dann. Und so überhaupt nicht auf dieses Anderssein eingegangen ist. Denn das wollte sie nicht. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht diese introvertierte Seite von sich in dem Moment vielleicht noch nicht so akzeptieren oder lieben lernen und mitnehmen. Aber sie könnte das doch machen. Also sie könnte es doch akzeptieren. Sie könnte dazu stehen. Sie könnte zum Beispiel, wenn jemand sagt, Mensch, Sie haben wohl eine leise Stimme, dann sagen, ja, stimmt. Ja. Oh Mann, Sie melden sich aber nicht häufig zu Wort. Nee, stimmt. So bin ich. Wir könnten auch dazu stehen. Wir könnten einfach akzeptieren, dass wir leiser sind. Und weniger sagen, wenn wir introvertiert sind. Das ist doch in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts Schlimmes zu sagen. Wie grauenvoll wäre das, wenn wir alle extrovertiert wären. Das wäre ja schlimm. Das will doch keiner haben. Auch die Extrovertierten nicht. Denn die brauchen ja auch ein paar Introvertierte und ein paar andere Leute, die drumherum stehen und sagen, hey, du bist toll. Wir wollen doch nicht alle gleich sein. Das wäre ganz grauenvoll. Und je facettenreicher wir sind und nicht nur diese zwei Schubladen Intro und Extro, sondern eben auch, ja, manche reden ein bisschen leiser, ein bisschen lauter. Diese Facetten machen doch die Kommunikation auch so spannend. Wäre ja langweilig. Und sie bräuchten weder mich noch irgendwelche Kommunikationstrainer und Bücher und, und, und. Wenn wir alle so einfach funktionieren würden. Also natürlich ist es schön, sich weiterzuentwickeln und natürlich finde ich es gut, wenn sie an ihrer Stimme arbeitet. Ich finde es aber sehr, sehr schade, wenn sie diesen einen Teil, dieses Introvertierte in sich so komplett ignoriert und so komplett sagt, nee, 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 will ich nicht sein, will ich nicht sein, will ich nicht sein. Und ich akzeptiere da an dieser Stelle nicht, dass ich anders bin. Das finde ich sehr schade. Denn ich merke, wenn ich in ein Gespräch reingehe, dass es mir sehr viel Sicherheit gibt, wenn ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich auch die Stärken schon sehe, die ich habe. Die Stärke zum Beispiel, dass ich eben nachdenklich vielleicht bin. Oder auch die Stärke, dass ich fröhlich bin. Und ich weiß eben auch um meine Schwächen, dass ich eben manchmal zickig bin. Und dann weiß ich auch in einem Gespräch, oh, 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 jetzt spricht die Person gerade ein Thema an, da werde ich leicht zickig. Und dann kann ich nämlich schon im Vorfeld entgegenlenken, mich vielleicht ablenken, vielleicht das Gespräch dann unterbrechen oder es auf ein anderes Thema lenken oder, 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 oder. Aber all das, was ich bin, was mich auszeichnet, und das ist natürlich jetzt nicht nur eine Charaktereigenschaft, sondern es kann auch sein, wie ich gerne sitze, wie ich gerne stehe, wie ich gerne schaue, wie ich gerne ein Gespräch beginne, wie ich gerne mit einem Gespräch aufhöre. Das alles gibt mir doch Sicherheit, wenn ich das von mir weiß. Und wenn ich darüber spreche, in Vorträgen über das Selbstbewusstsein, denn das ist ja die Definition davon, sich selbst bewusst wahrnehmen, dann kommt latent häufig nach den Vorträgen solche Reaktionen von Frauen, also ich hoffe, Sie kennen mich schon ein bisschen und wissen, dass ich dieses Schubladendenken nicht mag, es gibt nicht die typische Frau und den typischen Mann, wir haben ja so eine große Grauzone, aber latent kommt tatsächlich nach Vorträgen dann eben hauptsächlich von Frauen so eine Reaktion, Oh Gott, ich soll mich selbstbewusst wahrnehmen, Oh Gott, wissen, wie ich stehe und wie ich lache und wie ich schaue und wie ich atme und Oh Gott, ist das viel Arbeit. Und die Herren kommen dann auf mich zu und sagen dann, Jo, Frau Gassier, hab mitgenommen, soll so bleiben, wie ich bin. Das finde ich dann sehr amüsant. Ich meine weder das eine noch das andere, sondern es geht nicht darum, boah, ich bin so wie ich bin und es geht auch nicht darum, dass es kompliziert ist, sondern da auch wieder die Neugierde rauszuholen zu sagen, ich lerne mich jetzt mal kennen, wer bin ich überhaupt? Also bevor ich anfange, in einen Rhetorikkurs zu gehen und zu überlegen, wie ich mich verbessern könnte, wäre es doch schön, wie der Ist-Zustand ist. Wie bin ich? Wie stehe ich gerne? Und eventuell ist der Tipp von dem Trainer besser und ich mag diesen anderen Stand und ich nehme ihn ab und an ein, aber vielleicht ist mein Stand auch besser und ich fühle mich damit wohler. Und gerade dann, wenn Sie in unangenehme Situationen reingehen, wenn Sie zum Beispiel ungern Präsentationen halten, dann wäre es doch gut, wenn Sie Ihren Stand mitnehmen oder in ein Konfliktgespräch oder in ein Bewerbungsgespräch. Und dann spielt es auch nicht wirklich so sehr eine Rolle, ob von draußen irgendjemand sagt, ja, aber so sollte man nicht stehen und ja, das sollte man auch nicht machen. Ja, natürlich gibt es Regeln. Und ich würde Ihnen auch raten, bei einem Bewerbungsgespräch nicht von vorne bis hinten die Augen zu schließen. Oder nur den Teppichboden zu hypnotisieren förmlich. Ja, natürlich gibt es da Regeln. Aber es gibt auch ein Riesenspielfeld und ich würde es eben gut finden, wenn Sie so viel wie möglich von dem mitnehmen, was Sie auszeichnet und was Ihnen Sicherheit gibt. Und das ist eben Ihr ureigener Stand oder Ihr Blick oder Ihre Atmung, die Sie gerne machen. Oder Ihre Armbewegung oder wie die Stimme klingt, wie Sie gerne einsteigen, aussteigen und so weiter. Ich muss es jetzt nicht noch alles wiederholen. Also wie reden Sie gerne? Und wenn Sie eben introvertiert sind und eher eine leisere Stimme haben, ja, dann stehen Sie doch dazu. Und da gibt es auch Lösungen. Sie können bei einem kleinen Raum, können Sie einfach sagen, jo, ich habe eine leise Stimme, ich nehme ein Mikrofon. Das macht vielleicht kein anderer, aber eben Sie, weil Sie eben eine leise Stimme haben. Und natürlich können Sie sich auch eine laute Stimme antrainieren. Logisch, können Sie auch. Aber Sie könnten auch dazu stehen, denn das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja kein Verbrechen, eine leisere Stimme zu haben als andere. Also solange wir mit dem, was uns gut tut, was uns auszeichnet, den anderen nicht wehtun und immer noch eine wertschätzende Kommunikation hinbekommen, und das können Sie durchaus auch mit einer leisen Stimme und einem leiseren Auftreten und weniger Wortmeldungen, dann ist alles in Ordnung. Ich finde einfach, dass es wahnsinnig viel Sicherheit gibt. Und deswegen eben auch dieser Titel, die sichere Bank für jedes Gespräch. Wenn Sie zum Beispiel eine gute Freundin haben, dann trauen Sie sich doch mit dieser Freundin weiter aus Ihrer eigenen Komfortzone raus. Ja, vielleicht sind Sie zum Beispiel eben, ich bleibe bei diesem Beispiel introvertiert, gehen also ungern auf Partys. Mit der Freundin trauen Sie sich vielleicht auf diese Party zu gehen, obwohl Sie normalerweise alleine da nie, 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 nie im Leben hingehen würden. Denn mit der Freundin trauen wir uns aus der Komfortzone raus. Und all die Sachen, die Sie auszeichnen, der liebgewordene Stand, die liebgewordene Atmung, die liebgewordene Körpersprache und sei es verschränkte Arme, diese liebgewordenen Charaktereigenschaften, all das, was Sie auszeichnet, das ist wie eine gute Freundin, das ist wie eine Reißleine. Das ist etwas, was Sie auffängt. Das ist etwas, mit dem Sie sich weiter aus Ihrer Komfortzone raustrauen können. Was Ihnen Sicherheit gibt. Es gibt mir Sicherheit, dass ich sowohl meine Stärken als auch meine Schwächen kenne. Also natürlich nicht alles in- und auswendig, um Gottes Willen, aber ich kenne mich schon sehr, sehr gut. Und ja, es war ein langer Weg. Und ja, da haben die Frauen, die mich nach dem Vortrag ansprechen, auch recht. Es ist natürlich Arbeit und es geht nicht mal eben an einem Tag. Aber das nimmt Ihnen auch keiner mehr weg. Das finde ich das Schöne, wenn ich ganz genau weiß, wer ich bin und wie ich gerne kommuniziere, kann mir das keiner mehr wegnehmen. Wohingegen manchmal die Mode bei der Körpersprache oder bei diversen anderen Dingen, so Argumentationsketten und so weiter, auch mal wechselt. Es gibt manche Basics, die ändern sich nie. Aber bei manchen Sachen wird dann schon gerne gesagt, na, jetzt zum Moment sind Arme verschränken wieder nicht erlaubt und jetzt ist wieder doch erlaubt und dann wieder dies und dann wieder das und dann wieder jenes. Und ich habe eben häufig Führungskräfte erlebt, die völlig verwirrt waren und überhaupt gar keine Lust mehr hatten auf Körpersprach, weil sie gesagt haben, ich wurde ständig verändert und ich weiß schon gar nicht mehr, wer ich bin. Und wenn Sie anfangen, sich selbstbewusst wahrzunehmen, dann ist es zwar ein längerer Weg, aber Sie wissen ganz genau, wer Sie sind. Und das ist die Sicherheit. Die nehmen Sie bitte einfach mit in ein Gespräch. Und dann, ja, natürlich auch weiterentwickeln. Das mache ich auch. Jeden einzelnen Tag übe ich wieder und arbeite an mir und treffe Menschen, bei denen ich denke, ah, ich will nicht mit denen reden. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Ich will nicht, will nicht, will nicht, will nicht. Ja, manchmal mache ich es auch nicht und manchmal gehe ich bewusst in diese Lerneinheit und stelle mich dem und wachse über mich hinaus. Und falle auch manchmal einfach nur hin. Ich finde es wahnsinnig wichtig, zu sich zu stehen. Soweit Sie es eben können. Und ich weiß, es fällt häufig nicht leicht. Also zum Beispiel habe ich eine chronische Krankheit, Lipödem in den Beinen. Es sorgt dafür, dass ich recht kräftige Beine habe. Und selbst wenn ich schlank bin, eben Orangenhaut von oben bis in die Waden runter. Und ja, dazu zu stehen und zu sagen, ich bin eine schöne Frau. Bei dem Schönheitsideal, was wir heutzutage haben, mit den sehr, sehr schlanken Rehbeinen, nicht ohne Zellulite und so weiter und so fort, fällt es schon schwer. Also mir fällt es schwer. Das gebe ich ehrlich zu. Und trotzdem ist das etwas, was ganz wichtig ist, dass ich akzeptiere, dass ich anders bin. Dass ich in dem Fall einfach anders bin. Und dass ich mich schön finde, so wie ich bin. Und nicht trotz der Beine, sondern weil ich genau diese Beine habe, die anders aussehen als die Beine von anderen Menschen. So, und bei manchen ist es dann eben, vielleicht weil sie eine große Nase haben. Bei manchen ist es vielleicht so, dass sie stottern. Bei manchen ist es die leise Stimme. Bei manchen ist es, ja, keine Ahnung, dass sie häufig Äh sagen. Und natürlich kann man all diese Dinge abtrainieren. Man kann, gut, die große Nase kann man jetzt nicht wirklich loswerden. Und bei meiner Krankheit kann ich die Beine auch nicht wirklich loswerden. Aber es wäre auch doof, ich ohne Beine wäre irgendwie nicht das, was ich haben wollte. Natürlich können sie an gewissen Punkten arbeiten. Und ich möchte sie auch nicht davon abhalten, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte sie einfach nur ermutigen, auch zu Dingen zu stehen. Und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Menschen melden sich aber selten zu Wort. Ja, stimmt. Sie sind leise. Ja, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Wer sind Sie? Was sind Ihre Charaktereigenschaften? Wie stehen Sie gerne? Wie bewegen Sie Ihre Arme? Wie atmen Sie? Wie schauen Sie? Was für eine Mimik haben Sie? Fangen Sie an, sich selbstbewusst wahrzunehmen. Und wenn Sie dann herausfordernde Gespräche haben, dann können Sie all dies Wissen mitnehmen. Sie wissen, wie Sie sind mit Ihren Stärken und Ihren Schwächen. Das ist eine sichere Bank für jedes Gespräch. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie gerne dann hier entlassen. Also sich selbstbewusst wahrnehmen, zu dem stehen, wer Sie sind. Und gerne auch mal diesen Gedanken mitnehmen. Es ist schön, dass ich anders bin. Nicht, ich bin anders und ich kann es akzeptieren, sondern nein, es ist schön, dass ich anders bin. Und bei mir? Ja, ich lache laut. Und auch eine Sache, die ganz, ganz anders ist. Es gibt immer wieder so Marketingstrategien zum Beispiel, die bei anderen total gut funktionieren. Und wo ich dann immer sage, nee, will ich nicht. Dann gucken mich befreundete Kollegen und sowas an und sagen, Isabel, du könntest noch, 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 noch viel erfolgreicher sein. Dann sage ich, ja, aber will ich nicht. Also nicht, dass ich nicht erfolgreich sein will, aber ich will diese Marketingstrategie nicht machen. Bin ich nicht. Will ich nicht. Nicht mein Wertesystem. Weiß ich. Will ich nicht. Und das ist für mich wichtig, dass ich auf mich achte, dass ich gucke, wer ich bin und dass ich dazu stehe und dass ich mich nicht rechtfertige, sondern einfach dazu stehe und sage, das bin ich. Und wenn das andere Leute dann komisch finden, dann kann ich lächeln und sagen, ja, das ist okay. Ich bin eben anders. Ich bin einfach anders und das ist auch gut so. Und sie sind auch anders. Und auch das ist gut so. Und wenn sie ganz doll stottern, dann ist das so. Und ja, sie können etwas dagegen tun. Und sie haben aber auch die Option, einfach dazu zu stehen und zu sagen, ja, dann stotter ich eben. Oder sie haben eine leise Stimme, bleiben sie dabei. Oder aber trainieren sie sich das ab. Beides ist möglich. Und ich finde, kein Weg ist besser oder schlechter. Natürlich sollte immer als Überbegriff, das ist mein Wertesystem, drüberstehen, das Gespräch ist bitte wertschätzend. Ich gehe wertschätzend mit mir um und mit meinem Gegenüber. Und wenn wir bei dem Gedanken bleiben, ich gehe wertschätzend mit mir um, dann gehört eben auch dazu, dass ich mich nicht um 180 Grad drehe und ein komplett anderer Mensch werde. Gerade bei Seminaren habe ich das so häufig, so, 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 so häufig, dass mir Leute geschickt werden, die introvertiert sind. Und wo dann gesagt wird, ja, ich habe die Chance, Führungskraft zu werden, aber dafür müsste ich erst noch extrovertiert werden. Denke ich immer, wer kommt denn auf diesen Drops? Wer kommt auf so eine bescheuerte Idee? Nee, das wäre so, als ob ich einen Afroamerikaner zu einem Chinesen mache. Warum? Ich meine, weder der Afroamerikaner, noch der Chinesen, noch der Deutsche, noch der Spanier, noch der... Keiner ist besser oder schlechter. Sie sind anders. Und es gibt großartige, introvertierte Führungskräfte. Und es gibt großartige, extrovertierte Führungskräfte. Und es gibt richtig dämliche, introvertierte Menschen und richtig dämliche, extrovertierte Menschen. Es ist nicht besser oder schlechter. Es ist anders. So, und jetzt fangen Sie bitte an zu überlegen, wer Sie sind. Was ist Ihre sichere Bank, die Sie da mitnehmen können, wie so eine gute Freundin, um sich außerhalb von Ihrer Komfortzone zu bewegen. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Gut reden kann jeder. 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 Gut re应posuiderbüren. Vielen Dank.